So, ab jetzt, Fackel, aha, Fackel, aha, muss ich gleich wohl noch langlaufen, ist doch bisher so gut gelaufen, was ist hier los? Aha, da müsste ich also einen in der Mitte dranhängen, okay, 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 keine Angst, Rosmarie, kriegen wir alles, kommt alles wieder rein. Ich mag ein bisschen Overkill sein mit den Laternen, aber, du wirst da, wurde schon so oft gesagt, dass irgendwas Overkill ist. Ja, die Felder da unten müssen wir heute auch auf jeden Fall noch abernten. Ja, ich überlege hier gerade noch, naja, lass mich sein. So, und jetzt hier. So langsam kommen wir da irgendwo an, und nicht nur im Irrenhaus, so. So, dann hier, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben. So, das heißt, wie sollte das denn noch sein? Eins, eins, zwei, drei, vier. Ja, ich hole mir erst mal die möglicherweise heruntergefallenen Späzereien. Ja, und die Stufen hier bleiben, Corbel, also sehe ich gar nicht anders ein, dass ich da jetzt noch irgendwie groß dran rumschraube. Ja, vielleicht bringen wir hier heute auch mal ein paar Dorfbewohner hin, damit wir wieder Spaß haben. Ich würde mich sowieso nicht wundern, wenn die nicht schon längst drüben in einem der vielen Boote auf Horst die Heim, äh, in Horst die Heim, äh, Kapitän spielen. So, äh, was ist das denn hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, na. Wir sind nicht hundert Prozent geil, aber sein wir mal nicht so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ich muss mir vergleichen. Schluck trinken, Moment. Entschuldigung. Oh, wir sind ja schon in Folge zwei. Drei, drei, vier, fünf, sechs, äh, ne. Eins, zwei, drei, vier, fünf, da gehört sie. So. Perfetto. So, jetzt gucken wir mal hier. Äh, das sieht mit Brontal gut aus. Oh, klasse. Ah. Das sieht doch noch. Wahrscheinlich, weil ich gemeckert hab. Ne, ich hab mir gar nicht gemeckert. Es ist ja einfach nur... Ähm. Ja, was ist das denn hier im Moment? Ah, zwei, drei, vier, fünf, sechs, äh, ne, eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Das ist ja perfekt gelaufen, meine Güte. Ja, ich hab heute schon ein bisschen viel Chai-Tee getrunken. Deswegen ist die Rübse ganz besonders am Start. Ja, und wo ich von mir aufgehört hatte zu erzählen, also das, äh, Fallout 3 Let's Play erfreut sich einiger Beliebtheit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Äh, da eine Lampe. Äh, jetzt von der Seite. Ja, ist ja gut. Äh, nee, ich glaub, das hier will ich nicht haben. Äh, das wird uns behindern beim Runtergehen zum Strand. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eine Lampe. Oh, da ist aber noch Platz dazwischen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich pack die mal hier hin. Es kann nicht immer alles absolut gerade sein, ne? Sollte, aber kann nicht unbedingt. Ja, hier sieht alles gut aus. Haben wir jetzt hier drüben alles abgezäunt. Yo, theoretisch sollte es möglich sein, jetzt hier Dorfbewohner hinzubringen. Und wenn ich nicht vergesse, die Fans-Doors hier zu schließen, dann ist, äh, auch nicht Polen offen. So. Ich fragte immer noch, darf man das eigentlich noch sagen? Polen offen? Oder durfte man das jemals? Oder ist es sowieso egal? Hallo, ihr Polen da draußen. So. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Wie sollte es anders sein? Eins, zwei, drei, vier. Vor den Rosen habe ich Angst. Aus Gründen, die ihr vielleicht noch sehen werdet, ja, ich kann es ja sagen, es landen öfter mal Zäune oben auf den Rosen, weil die Hitbox so riesengroß ist und man die immer erwischt. Also ich hatte schon bei meinen Bauten, die ich so gemacht habe, im Creative oder sonst was, wenn ich denn mal was getestet habe, ähm, hast du dich wahrscheinlich auch gerade gefragt, was macht der da, der Typ, ne? Ähm, dass, äh, ja, die Hitboxen von verschiedenen, ähm, Pflanzen und anderen Objekten erstaunlich waren. Und ich ganz einfach dachte, hui, obwohl man das, äh, wenn man das polnischen halbwegs mächtig ist, nicht tun sollte, äh, dachte ich aber, hui, und, äh, ah, hier muss auch noch was geschehen. Äh, hier muss noch eine ganze Menge geschehen. Aber guck mal, so kriegen wir heute endlich mal den ganzen Kram hier auf die Kette, der sonst normalerweise liegen geblieben ist. ist, oder stehen, oder was auch immer. So. Dann da mal einen ran und, äh, ich verziehe mich mal ins Bettchen. Äh, ich muss gleich mal gucken, wir hatten, glaube ich, unten in der Truhe noch ein einfaches Bettchen. Hier würde ich gerne auch vielleicht heute noch ein Nether-Portal reinkriegen. Jawohl, das nächste Nether-Portal kommt bestimmt. Und dann haben wir eigentlich an allen Main-Locations in der Gegend hier ein wunderschönes Nether-Portal. Also, äh, das noch Danielsburg. Daniel hat noch die Chance, sein Danielsburg zu retten, wenn er jetzt hier irgendwie auftaucht. Also, er soll sich ein Beispiel nehmen, am guten Horstie. Der hat es gerade noch so geschafft. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Alles klar, genau so muss das sein. Ich, äh, prüfe immer lieber noch mal zehnmal nach. Besser Vorsorge als Nachsorge. Wir brauchen schon wieder neue Laternen, ja. Ich weiß, es ist vielleicht ein wenig, äh, übertrieben. Aber, äh, was mache ich denn eigentlich? Ja. Hey, ich wollte Laternen bauen. Und weißt du was? Gott, was habe ich getan? Ähm, jetzt würde ich die alle gerne ins Shape schmeißen können, ohne hier rumzueiern mit der Maus. Dafür bin ich nämlich eigentlich schon ein bisschen müde. Aber, nun denn. Äh, Fackeln haben wir überhaupt. Ja. Jute Frage, nächste Frage. Also. Waaah. Oh, es wird vielleicht gehen. Ja, es geht. Was glaubst du, werden die reichen? Also, ich glaub's nicht. So. Äh, wie viel von den Dingern haben wir denn noch? Guck mal. Ja, die wollte ich ja gar nicht umwandeln. Aber ich kann schon mal folgendes tun. Diese hier. Ne? Äh, diese hier. Ja. Ja. Ja, die anderen Nuggets, da probieren wir mal nachher aus. Ähm. Ich werde jetzt erstmal sehen, wie weit wir mit denen kommen. Da schon wieder anderthalb folgen. Hänge ich hier auf der Insel rum. Und langweile euch. Auf jeden Fall nicht. Ach, jetzt habt ihr auch noch oben was vergessen, was ich eigentlich mitnehmen wollte. Ah. Äh, das hohe Gras wird drauf gehen. Oder die Laterne. Klassitermatt. Ich sag dazu mal, weil gar nichts. Wie man in Bayern oder auch vielleicht in Österreich sagen wird. Ja. So. Eins, zwei, drei, vier. Ach, das kann man eigentlich so machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hier. So. Keine Diskussion. Ja, muss ich doch noch nach unten und Fackeln holen, glaube ich. Ne? Komisch. Ähm. So, der da wächst nicht. Na ja, um den Gartenbau muss ich mich auch noch kümmern. Da habe ich noch was vor. So. Vorsichtig mit den Rosen. Äh, ja. Was ist erledigt? Ja. Hier mit den Fackeln an der Außenseite müsste ich eigentlich auch noch mal was machen. Ähm. Da hätte ich vielleicht eine Idee. Weißt du was? Wir müssen mal nach hinten. Innen drin. Ich glaube, wir müssen heute auch noch Holz fällen gehen. Ähm. Was machst du? Was machst du? Wo ist die Holz? Alter, ich bin sowas von... Ich brauche meinen Kaffee, glaube ich. Hm. Da haben wir unsere geliebten, äh, Dinkse. Und Bumse. Ich packe die erstmal hier oben rein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir die nicht mehr brauchen werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sie brauchen werden. Und dann brauchen wir auch den Rest des ganzen Krams. Aber diese beiden Schmucksteine hier, äh, ja. Äh, habe ich denn da oben noch unverarbeitetes Hooswood drin? Naja, das ist auch von Vorteil. Und es wäre auch gut, wenn man, äh, statt einer Stein, äh, also mit der Steinsäge zusammen vielleicht auch noch eine richtige Holzsäge hätte, liebe Mojangs, ne? Also, ich sag ja nur, es sind nur Ideen, die ich so habe. Ein alter Honk und seine Ideen. Mhm. So, Delle. Etzatla. Äh, ja. Die Büfen sind wahrscheinlich schon wieder fertig. Äh, oder hatte ich da überhaupt was reingeschmissen? Ich hab doch keine Ahnung. Ähm. Äh, ja, seht ihr? Das ist das, was ich meine mit den Rosen in ihrer Hitbox, ne? Ich bin mir sicher, diese Mauer wollte ich irgendwo draußen dran bauen. Und, äh, sie ist dann halt dort gelandet, wo ihr eben gesehen habt. Ja, hier unten müssen auch noch Mauern hin. Äh, müssen wir auch noch abernten. Aber jetzt erst mal werden wir ein paar Sachen, wo war es denn, reparieren, die ich bisher nicht... Was? Moment. Ja, ich weiß nicht mehr, wie ich das hier gebaut habe. Haha. So. Und, ähm, ja, ich nehme mal die Half Slaps, weil ich momentan keine vollen habe. So, und jetzt sollten wir imstande sein. Aber, warum bin ich heute ständig so desorientiert? Ich hab doch gar nichts genommen. So. Und dafür habe ich die mitgenommen. Hast du dir schon gedacht, ne? Ist so. Viele Leute senken sich Dinge. Ähm, ja, und hier auch. Oh, die Hitbox der Rose ist wieder im Weg. Ah, Alter. Guck dir das an. Ich muss die weg machen, weil, ähm, holy shizzle. Im Namen der Hitbox der Rose, oder wie? Haltet ein, schurke. Ähm, was man hier auch noch machen könnte, weil, wenn man lustig ist, und wir sind ja lustig. Ah, nee, das sieht scheiße aus. Dann müsste ich das nach vorne setzen. Und dann würde ich da diese wunderbare Struktur zerstören. Ne, ich denke mal, wir müssen hier, äh, damit so auskommen. Ich bin heute irgendwo nicht ganz dabei, ne? Ich frage mich auch, ob das ein Fehler war, jetzt, äh. Was ist denn damit? Das? Hoi. Ich werde mal von unten sehen, ob das gut aussieht. Äh, ja. Immer besser hier. Ähm, wie habe ich das denn hier gelost? Ach so, hier ist das, ähm. Wie ist das doof hier, dass hier die... Aber eigentlich sollte ich, ähm... Ne, ich will ja eigentlich nur, dass die Dorfbewohner unten nicht rauskommen. Weißt du was? Diese Tür hier vorne... Ja, dann, äh, lass mich mal sehen. Lass mich mal sehen. Ja, dann brauchen wir ja hier eine Tür. Ja, brauchen wir hier eine Tür. Sonst hauen uns die Dorfbewohner hierdurch ab. Oder wir lassen sie auf der anderen Seite der Insel und sie dürfen nicht an den Strand. Ich lasse sie erstmal nicht an den Strand. Du fragst dich jetzt, was meint der Typ? Ähm, ich meine erstmal, dass hier was fehlt. Ähm, wir haben keinen Kugel dabei. Ich will das dann mal fertig machen. Heute sollen hier die Unschönheiten ausgeräumt werden und vielleicht auch ein paar neue Dinge gebaut werden. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Abenteuern können wir heute auch noch. Ich weiß nur nicht, äh, ob ich dafür so da bin heute, ne? Also, das könnte dann mal ganz schnell zum Darbin Award werden. Hier. Mann, ich erzähle ein Schruntz. So, dann, lasst mal hier. Schau mal hier raus! Ja, hier fehlt noch was. Warum habe ich das nie gesehen? Sind meine Augen etwa mit Blindheit geschlagen? Oh, ei, der Daus. Wie kann dies nur geschehen? Hier. Ich nehme das mal raus kurz. Dann hauen wir hier die dazwischen. Ich will mal checken, ob das irgendwie aussieht. Hm. Ja, warum eigentlich nicht? Hm. Hier fällt mal. So, dann einmal hier. Da sind ja auch noch keine Stützen. Das sind verflixte Axt, aber auch. Ja, äh, von zwei, drei meiner Kollegen wurde, der, äh, wurde die Idee mit der verflixten Axt wohlwollend aufgenommen. Die wollten sie mir gleich klauen. Also, Let's Player Kollegen. Wuckzuck geht das, ne? Hast du eine Idee? Erzählst du was drüber? Und schon, äh, mache ich doch. Ja, hier sind noch viel zu viele Fackeln und sonstiger Quatsch. Aber, halt, äh, weißt du, dieser Raum hier ist sowieso nicht eingerichtet und er wird es aber. Er wird es aber. Ihr könnt mir glauben, dieser Raum bleibt nicht uneingerichtet. Äh, die Spruise-Lock-Dinger, hier werde ich nichts drücken. Nein, diesmal nicht. Ähm, so. Hier muss nur eine Ecke sein. Maus-Pap. Hör mal auf, zum Tisch zu rutschen. Kannst du das mal machen? Kannst du mal einen alten Honk, äh, gefallen, einen Gefallen tun? Also, so. Ja. Zack. Und schon haben wir hier Laternen dran überall. Bis auf hier. Hier ist auch noch, ähm, brauchen wir denn hier überhaupt eine, wenn... Na, da vorne ist ja gar keine. Dann könnten wir eigentlich hier auch das Gleiche machen. Ähm, ja. Ja, kann man, wenn man will. Geht. Ja, hier ist genug Licht. So, und auf der Seite hier. Ja, das kann weg. Und da muss auch keine neue ran. Schön. Ich bin zufrieden mit diesem, mit diesem Part. Ähm, machen wir uns an die nächste Arbeit. Wobei ich erstmal möchte, dass diese Kartoffeln hier den Weg alles vergänglichen gehen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob die Landwirtschaft hier auf diesem, auf der Insel bleiben wird. Alter, häusernes Potatoes. Kann man daraus irgendwie irgendwelche Tränke machen? Oder warum sind die überhaupt da? Also nicht nur da, um uns zu ärgern, oder was? Ach ja. Diese Fragen, die sich jedem stellen, vielleicht nicht jedem, aber jenen, die Fragen stellen, stellen sich diese Fragen. An manchen Tagen oder auch im ganzen Leben. So eben. Ähm, ja. Der muscle, die muss und gehen gehen. Der śp Untertitelung des ZDF, 2020